Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Hoffnung auf Zinssenkung – Marktbericht über die Entwicklung der Aktienkurse Nach einer langen Phase der Unsicherheit und Volatilität auf den Finanzmärkten kehrt langsam wieder die Hoffnung auf sinkende Zinssätze zurück. Diese Entwicklung wurde durch eine Reihe von wirtschaftlichen Daten und politischen Entscheidungen beeinflusst, die den Anlegern neue Perspektiven bieten und den Markt positiv beeinflussen. In den letzten Monaten haben die Zentralbanken weltweit ihre Zinsstrategien überprüft und verschiedene Anpassungen vorgenommen, um der wirtschaftlichen Realität gerecht zu werden. Insbesondere in den Vereinigten Staaten hat die Federal Reserve, FED, eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung des globalen Marktes gespielt. Nach wiederholten Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation deuten aktuelle Daten darauf hin, dass eine Lockerung dieser restriktiven Geldpolitik bevorsteht. Laut einem Bericht von Reuters zeigt der jüngste Verbraucherpreisindex, CPI, einen Rückgang der Inflation in den USA, was die Hoffnung auf Zinssenkungen stärkt. Ein ähnlicher Trend ist auch in Europa zu beobachten. Die Europäische Zentralbank, EZB, steht unter Druck, ihre Zinsstrategie zu überdenken, da die Wirtschaft in der Eurozone schwächelt. Die Financial Times berichtet, dass es Anzeichen gibt, dass die EZB ihre restriktive Haltung in naher Zukunft lockern könnte, um das Wachstum anzukurbeln und die Inflation weiter zu stabilisieren. Auch an den Kapitalmärkten reagieren die Investoren positiv auf diese Entwicklungen. Der DAX in Deutschland sowie andere führende Aktienindizes haben in den letzten Wochen signifikante Kursgewinne verzeichnet. Wie das Handelsblatt berichtet, stieg der DAX um mehr als 5 Prozent, nachdem Spekulationen über mögliche Zinssenkungen die Runde machten. Ähnliche Trends sind auch an den Börsen in Paris und London zu beobachten. Die positive Marktstimmung wird zusätzlich durch die jüngsten Unternehmensberichte unterstrichen. Viele Unternehmen, vor allem im Technologie- und Finanzsektor, meldeten bessere Ergebnisse als erwartet, was ebenfalls zur allgemeinen Zuversicht beiträgt. Laut der Süddeutschen Zeitung konnten vor allem Technologieunternehmen wie SAP und Siemens ihre Umsätze und Gewinne steigern, was nicht nur deren Aktienkurse, sondern auch die gesamte Marktstimmung beflügelte. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Hoffnung auf sinkende Zinssätze stärkt, ist die geopolitische Lage. Die jüngsten Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits haben die globalen Märkte beruhigt. Wie die Tageszeitung Die Welt berichtet, haben beide Länder signifikante Fortschritte erzielt und eine Einigung scheint näher denn je zu sein. Dies wirkt sich positiv auf die globale Wirtschaftslandschaft aus und unterstützt die Erwartungen einer expansiveren Geldpolitik. Trotz der positiven Signale gibt es jedoch auch Stimmen der Vorsicht. Einige Ökonomen und Analysten weisen darauf hin, dass eine zu schnelle Senkung der Zinssätze das Risiko einer erneuten Überhitzung der Wirtschaft bergen könnte. Laut dem Wirtschaftsmagazin Manager Magazin warnt die Bundesbank davor, dass eine vorschnelle Lockerung der Geldpolitik das Ziel der Preisstabilität gefährden könnte. Daher fordern Experten eine sorgfältige Abwägung der geldpolitischen Maßnahmen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Rückkehr der Zinshoffnung den Finanzmärkten neuen Auftrieb gegeben hat. Die Signale einer möglichen Lockerung der Geldpolitik in den USA und Europa, unterstützt durch positive wirtschaftliche Daten und geopolitische Fortschritte, haben das Vertrauen der Anleger gestärkt. Dennoch bleibt Vorsicht geboten, da die Zentralbanken ihre Strategien sorgfältig ausbalancieren müssen, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. Quellen, Reuters, Financial Times, Handelsblatt Süddeutsche Zeitung, die Weltmanager Magazin, Mittwoch, 12. Juni, 24 Herk. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören.